Hi, kurzes Infovideo von mir, ganz schnell mit meinem Handy aufgenommen, weil meine Kamera gerade leer ist, weil ich keine Lust hatte zu warten, bis sie aufgeladen ist. Ich wollte euch darüber informieren, dass leider meine Grafikkarte rumspinnt. Der Lüfter spinnt rum, funktioniert nicht so richtig, das heißt, die Grafikkarte kann nicht vernünftig gekühlt werden, das heißt, sie funktioniert nicht mehr richtig. Wir haben jetzt die Grafikkarte, ich habe jetzt die Grafikkarte ausgebaut und deswegen muss ich jetzt erstmal über die interne Grafikkarte was machen. Das ist aber natürlich nicht andersweise so gut wie meine normale Grafikkarte im PC, also die interne Grafikkarte heißt die interne Grafikkarte in meinem Mainboard. Falls ihr euch jetzt wundert, was ich meine, in meinem Mainboard habe ich noch eine Grafikkarte. Die ist natürlich nicht andersweise so gut wie meine externe Grafikkarte, die, das heißt, ich kann erstmal nicht aufnehmen und auch nicht reden, aber das wisst ihr ja schon. Und das heißt, City Skylines läuft erstmal nicht weiter, da habe ich im Moment leider keine Folgen. Fallout 4 läuft ab nächster Woche wieder, habe ich noch ein paar Folgen. Genauso wie für ATS habe ich auch ein paar Folgen, aber weniger, ich glaube drei, vier Stück. Und zwei Convoy-Folgen und natürlich die LPT-Projekte laufen auch weiter. Das heißt, Herr der Ringe Krieg im Norden und The Forest mit Cheetah und Herr der Ringe Krieg im Norden mit Cheetah und Grimsel laufen auch erstmal weiter. Diesen Samstag und Sonntag könnt ihr euch auf Herr der Ringe freuen. Ich mache ja eigentlich keine Ankündigung, aber das weiß ich schon, die Folgen sind auch schon oben. Ähm, da kommt Herr der Ringe und dann nächste Woche geht es weiter mit den Folgen, die ich noch habe. Jetzt weiß ich ehrlich nicht, wie lange es mit der Grafikkarte dauert. Das kann ein bisschen dauern, eventuell müssen wir die einschicken, das geht ja erst ab Dienstag wieder. Und dann weiß ich nicht, wie lange es braucht. Vielleicht kriegen wir es auch hin. Also ich bin mein Bruder, dass wir die repariert kriegen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ich werde euch nochmal informieren, falls es wieder geht. Jetzt aber erstmal City Skylines Pause, weiß nicht wie lange. Und die restlichen Folgen von den anderen Projekten laufen jetzt erstmal. Und wie gesagt, es gibt keinen Upload-Clown, das ist ja bei mir normal, dass ich mir immer die Videos kommen, wenn sie kommen. Ich habe zwar ungefähr einen Upload-Clown im Kopf, aber ich möchte ihn euch ungern sagen, da ich mich sonst selber zu sehr unter Druck setze. Ähm, ihr kennt das Prinzip. Oder ich habe es glaube ich schon öfter erwähnt, warum ich das nicht mache. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos, die jetzt noch kommen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.